Dieses zum Kauf angebotene 4,5 Zimmer Einfamilienhaus befindet sich in Wilma. Das im Jahr 1976 erbaute Objekt wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Parkplatz. Es hat eine Einbauküche und einen Keller. Das Haus verfügt über eine Zentralheizung, also eine Zentralheizung zu schützen. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 859 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 117 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 225.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF, 2020